Die offiziellen South by Southwest Partys sind nur registrierten Gästen vorbehalten. Die Festivalregistrierung ist sündhaft teuer. Die Partys nicht selten langweilig. Wie zum Beispiel im German House, das für den Musikstandort Deutschland werben soll. Wo aber weder die Atmosphäre noch das Catering überzeugt. Wenn man für einen Gratishamburger eine halbe Stunde lang anstehen muss, geht man lieber gleich. Denn neben dem offiziellen Programm gibt es viele öffentliche Bühnen mit fantastischer Musik. Man findet am besten ein lauschiges Plätzchen, um sich in Ruhe einen Überblick zu verschaffen. Hier ein paar Appetithäppchen. 14th Annual Guitar Town Party and the 10th Anniversary of Conkeroo. We've got a freaking phenomenal 21 bands for you today. It's the best lineup we've ever had and I hope you'll stay all day. I got a letter, came to me by fail. My baby's coming home and I hope that she don't fail. You know I feel so good. Yes I feel so good. Well I feel so good baby, I feel like Longin' Jack. I feel so good baby. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Iowa City, nothing to do, no offense, now they're slippery and sweet, Iowa City, Iowa, Iowa skies are blue. Single girl, single girl She's going dressed fine Oh, she's going dressed fine Merry girl, merry girl She wears just any kind Oh, she wears just any kind I wish I was a morning green Sitting in a chair I'm so good, darling I'm near and I'm around I'm a morning green Hey, good old I'm a morning green Hey, good old Oh Thank you so much for Della Mae Oh Woo Woo This is a good day Hey Hey This is a good day Yeah олод E Musik 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 Oh, thank you! Musik Musik Unglaublich! All diese Open-Air-Bühnen sind nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.